das ist keine monster das heißt theoretisch wir brauchen nicht mal ein dorf ist das für ein sport ist egal auf jeden fall würde ich erst mal sagen machen will weil ich mein normal mode oder selbst einfach nur mein kopfschwert habe ich erwähnt das sollte für euch eigentlich auch geil sein aber ich würde sagen nichts hier in diesem dorf ein aber das haus werde ich mir schon alleine bauen moin schwein warum damit ich für die späte schon mehr essen habe hier warte das wird mein nächster freund dann sein ich würde sagen wir holen uns ein bisschen holz aber ich schneide hier weil ich will nicht zu lange videos machen oder guckt euch doch bitte mal das an das ist mega viel holz ich würde sagen wir machen sofort mal fast alles was wir uns hier raus machen können irgendwann ist noch schon wieder alles vorbei jetzt sagen wir machen uns auch noch ein paar treten vielleicht noch ein paar falltüren dazu für das schild und die anderen sachen müssen schon noch genügend sachen da lassen machen wir uns erstmal das so mit der können uns eigentlich auch mal noch machen also wir können uns auch noch ein paar mehr m sticks machen weil ich will auch noch zwei namen zu einem all right ich glaube ich brauche noch mehr sticks gut die kann ich mir machen diese kann ich mir machen so noch ein sound war perfekt ich würde sagen ich hole mir sofort meine ersten stein zu fahren und wir können hier keinen stress mit und da haben ich finde es schon angenehm bock mal auf so etwas machen jetzt richtig bock auf so etwas kann man nicht erst durch willy willy bock darauf habe ich so nicht der exaktuell sport sogar noch im stein mit spitze gar gar nicht ich meine er hat mit spitze gar gar nicht so richtig aber es ist doch egal hier ist der gravel kein first try jetzt was ich will zeigen dass wir uns schon flint haben das brauchen wir ja also sind überhaupt noch ein netter monster ist vielleicht nicht der ender drache existiert überhaupt der ender drache denn nicht dann wäre das gar kein spannendes projekt aber ich glaube er existiert auch im friedlichen modus also ich würde sagen habe ich genug steine überhaupt um die innigungen zu machen 13 all right jetzt sagen wir gehen sofort mal hoch und zack hallo mach auch hier kurz ofen können wir uns machen steinspitz hacke nx können uns nicht machen jetzt aber hake müssen uns vielleicht schon machen oder ich habe nicht mehr genug stein willst du was es versuche ich das film zu kriegen Nö, 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 das ist doch einfach bescheuert, nö, alter, Hut, ne, oder, ach komm schon, ich will nur ein einziges Flints, nur eins, nur eins Flints, ein Flints, ist es, okay, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Nerven mehr dafür, einfach nur keine Nerven mehr, jetzt tagt es mich extrem an, ich würde sagen, wir sehen uns dann nach einer weiteren Szene wieder, warte, mein Bett hat sich gemacht, das zu kurzem kann ich hier schon mal platzieren, all right, Leute, da bin ich wieder, jetzt habe ich mich gelassen, noch ein bisschen Schaf, mehr Volt, das brauche ich noch, um Gemälde und Teppiche zu machen, ich habe mehr Holz und tatsächlich noch ein Lapis sogar und Eisen gefunden, ja, das Eisen schmeiße ich sofort mal in meinen Ofen, welches Holz soll ich jetzt hier reinschmeißen, wisst ihr was, der Ofen muss nicht so sein, der Ofen muss nicht so stehen, der kann dann ruhig zu mir gucken, also Ofen, 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 all right, packen wir das erstmal hier rein und so kann man auch schon an unseren ersten süßen, kleinen, wunderbaren Häuslein anfangen, meine Lieben, Freundies, ich würde sagen, dies stellen wir einfach mal hier hin, das Haus muss hier auch nicht das größte sein, das sage ich eigentlich erst immer, das hat mir auch mal in die Kommentare geschrieben, aber ich würde sagen, wir placen erstmal unsere Türen, wieso habe ich zwölf, hm, ist ja egal, all right, ist ja besser, zwölf, okay, aber du hast dich verbaut, ich hätte ja auch mal eine Steinachse machen können, ja, ich würde erstmal sagen, so, 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 ich höre immer noch Schafe, ja, das kannst du auch direkt bauen, all right, so machen und zack, so, immer weiter, ja, so, immer weiter, all right, ich meine heißen Schönen, nee, oder? Der Ofen guckt immer noch in die Richtung, die ich nicht will, wisst ihr was? Das ist doch einfach bescheuert, ich habe keine Nerven dafür, diesen Ofen immer so zu platzieren. Meine Fresse, bitte, japp, es wurde ja auch mal Zeit, eigentlich muss ich gar nicht schlafen, denn ich kann ruhig an meinem Haus weitermachen. Okay, das Bett habe ich einfach als Spornpunkt benutzt. Oh, cool, was machst du denn hier? Früher oder später werde ich dann dich schon noch einsperren im Stall, ha, 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 Spaß. Also, so müsst ihr euch jetzt eigentlich auf den Schüren platzieren können, ohne mich hier irgendwie rüberbauen zu müssen. Hm, gut, 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 immer weiter. Oh, so, mein Stack, ich glaube, das wird jetzt noch nicht reichen. So, das wird auch schon langsam nach, aber ich bin in Peaceful, oder? Ja, ich weiß nicht mehr genau, warum ich dieses Projekt mache. Vielleicht, dass ihr in den Kommentaren sehen werdet, ich werde nicht antworten. Alter Schaf, geht weg, ich muss hier bauen. Ich bin rufsreichs eher der Baumeister. Seht, das reicht nicht. Ich kann mich auch mal auf Spaß schlafen legen. All right, ich muss mich auch mal um Sand kümmern. Dann, auf jeden Fall, würde ich sagen, schneide ich wieder, bis ich wieder da bin. Aber die Koordinaten nicht gemacht, dass ich weiß, auf welcher Höhe ich meine Diamanten finden kann. Und ja, ich würde sagen, wir sind wieder, bis ich vielleicht noch mehr Erzümer aus der Mine genommen habe. Und ja, jetzt können wir nicht belieben, was ich gerade gefunden habe. Leute, mehr Lapis, mehr Eisen, mehr Kupfer und sogar noch Redstone und Gold. What the freak? Das muss ich direkt mal in den Ofen schmeißen. Come on, let's go. Let's go. Das kann man auch in den Ofen schmeißen. Und das Rohgold auch. Noch mehr Rohkupfer habe ich natürlich gefunden, aber diese Sachen findet man öfters hier. Soll ich die Sticks reinwerfen? Hm, was soll ich jetzt da reinwerfen? Ich würde sagen, einfach mal ein paar von den Slaps. All right. Dann würde ich jetzt noch sagen, machen wir sofort weiter in unserem Häuslein. Ich bin irgendwie richtig froh, dass ich das alles gefunden habe. Aber, dass ich mich verbaut habe, schon nicht. All right. So, immer weiter, immer weiter. Also, ich würde sagen, das wird dann die letzte nicht. Sonst mache ich natürlich auch noch. Aber die Villager werde ich dann früher oder später dann auch noch in meinem Haus einsperren. Leute, damit die mir nicht entkommen können. Auf jeden Fall, dann kann ich jederzeit mit denen traden. Erstens, das gibt es mehr Levels und die gebraucht zum Verzaubern. Und zweitens, ich hätte vielleicht schon okay sein. Schon mal Diamanten erhalten, das wäre extrem geil. So und so und so. Mit einem Slap habe ich mich hier nämlich verbaut, dass wir es dir gesehen haben. Wenn ihr nicht gespult habt. Aber, war ja klar, dass mir da sowas noch passiert ist. Aber trotzdem, ich würde sagen, jetzt fange ich hier schon mal an meinem Haus an. Gut, dann nehme ich halt das Gold raus, wenn du das unbedingt willst. Hehehe. Das Gold ist ja auch nötig. Wisst ihr, was ich schon mal machen kann? Ich muss einen Goldschuh machen. Dann für den Netter, falls da auch Piglins sind. All righty, hab ich. Übrigens, was ich in diesem Projekt einmal sterbe, dann sehe ich das scheißegal. Aber die Chance hier zu sterben, ist eigentlich klein. Weil keine Monster. Ich weiß nicht, ob es da auch Piglins gibt. Weiß ich echt nicht, Leute. Aber in diesem Projekt können wir, glaube ich, nicht gegen Wither kämpfen. Weil Wither gibt es nicht. In Peaceful Modus. Auf jeden Fall holen wir uns direkt mal etwas Eisen raus. Und machen wir sofort mal Eisenspitze, damit wir die Diamanten abbauen können. Und den Eimer müssen wir uns auch machen. Und jetzt soll ich mal eine Schere machen. Ja. Schere. Und ich kann auch ein paar Achterbahnschälen jetzt schon mal machen. Geil, geil, geil. All right, give me noch mehr Eisen, please. So, ich würde erst mal sagen, jetzt. Mein Dach ist schon fertig, natürlich. Ich habe zufällig hier noch etwas mehr Gold. Ich kann schon mal Goldarme machen, oder? Nur warte, ich mache mir Antriebsschälen. Weil ich will mir auch nochmal noch bei Achtelbahn bauen. Okay, gut. Sobald es ist schon schön am Braten, ich würde sagen, ich soll schon mal an meinen Eilen-Armen anfangen. Nö, komm, ich würde sagen, ich beschränke das einfach mal. All right, ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal Wasser. Ich kann mir hier Wasser holen. Darf ich mir hier schnell Wasser holen? Thank you. All right. Irgendwann finde ich das Haus jetzt noch scheiße für ein Village-Haus. Aber das ist Wohlschild egal. Habe ich eine Hake? Ich habe eine Steinhake, all right. Oder ich habe so Bock auf dieses Projekt. Ich habe so Bock. Und hier kommt dann erstmal meine Erfahrung hin. All right. Ich würde sagen, hier kommt jetzt einfach mal der Bucket rein. Also das Wasser. All right. Und das wird dann später mein Feld sein. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal so, damit es nicht so hässlich aussieht, das Ganze. All right, wisst ihr? Äh, was mache ich hier? Ich doch mal, Idiots. Hm. Gut, das sieht jetzt nicht so schön aus. Hallo, du Pferd. Warte, ich will das unbedingt lieben. Ich will das unbedingt lieben. So, lieb mich jetzt endlich mal. Lieb mich. Lieb mich. Lieb mich. Lieb mich doch mal. Hallo? Es müssen nur Herzen erscheinen. Es müssen nur Herzen erscheinen. Meine Güte, du reitest mich noch weg von meinem Zuhause. Nein, Zombie. Sorry, das war es sich nicht. Tut mir leid. Ich hätte sein Herz verloren. Es muss auch so auffällig auf der Mobilversion hier sein. Wenn ich auf Badrocks spiele, dann muss es doch nichts sein. Lieb mich jetzt mal. Hallo? Ich will auch Freunde, die in diesem Projekt haben. Hä? Es geht nicht, dass er mich liebt. Er will mich nicht lieben. He don't want it. Hey, du. Das ist nicht wert. Das ist nicht wert. Hä, das ist doch einfach bescheuert. Und liebst du mich endlich? Ähm. Hallo? Wieso liebst du mich nicht? Hä? Du bist wie immer wieder von ihm runter. Hä? Lieb mich doch jetzt endlich mal. Wieso macht er das nicht? Hey, das ist voll unfair. Ist doch egal, Mann. Gut, dann halt. Dann kehre ich halt wieder zurück zu meinem schönen kleinen Häusler, mein Lieben. Freunde, meine Güte. Das geht hier gar nicht. Wir nehmen uns unser Eisen raus. All right. Ich würde sagen, kann ich mir noch mehr Schienen machen? Es wäre wirklich geil. Leider nein. Ich brauche noch einen Redstone-Stauber. Ich brauche nur noch einen Stick, oder? Ich brauche tatsächlich nur noch einen Stick. Moment. Wenn ich jetzt hier... Ich will mal was ausprobieren. I need to rest something. Nur das geht leider nicht. Okay, gut. Schade Schokolade. Also. Soll ich mir mal halb Gold bekommen? Aber einen Komposter kann ich mir schon mal machen. All right. Aber, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle war es auch schon mal mit dem heutigen Video. Sollte es euch... Mein Gott, kann ich mir auch schon mal machen. Mein Gott nehmen. Mein Gott. Hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr das? Ja, jetzt... Hä? Junge! Was? Habe ich mir schon eins gemacht? Hä? Einsammeln. Oh Gott. Warte. Ich glaube, ich weiß, was ich gemacht habe. Ah, die kann ich wieder zurück verwandeln. Hä? Was will denn Mojang von mir? Mojang, ihr seid so schade. Ich muss mal noch Werke hätten machen. Nimm doch mal jetzt diese Scheiß. Mein Cut. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Guckt mal. Ich klicke die ganze Zeit drauf. Ja, das ist... Ah, warte. Ich weiß, was das Problem ist. Ich habe ein fulles Inmanza, dann kann ich das nicht machen. Ach so. Ich verstehe. Ich verstehe. Nein, du kommst weg. Das Kies kommt weg. Ich meine die Wolle. Weg mit der Wolle. Weg. Laura. Yes. Endlich. Nicht was. All right. Dann würde ich dir sagen, wenn du es nicht so schön lasst, ich auch die heutige Folge geschehen. Dann soll ich dir vorn. Und vergesst nicht, dass du like mein Kanal zu abonnieren und die Logo zu abonnieren. Keiner bleibt drin. Das muss man sich verpassen. Das würde mich freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.